Vorletzer Außenposten. Nice. Gut, gut. Sehr schön. Puh, Tierfett und so eben alles looten, denn ich habe momentan ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig von allem. Die hatten wir schon. Das andere liegt ja oben. Duda, Tierfett, okay. Ich brauche aber kein Tierfett. Ich brauche scheiß Fleisch. Nicht Keule anzünden. Das wollen wir ja nicht, ne? So. Dann gehen wir sofort dahin. 300 Meter schon wieder. Schau mal B. Ah ne, noch nicht. Jetzt schauen wir einmal B. Können wir nicht, okay. 4 von 6. Das heißt, wir brauchen auch neue, ähm, 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 äh, ja. Neue rote Blätter. So. So, da, was machen, da, was machen, da. Ehh, wir brauchen einen Bienenschwarm. Au. Zack. Sehr schön. Sehe ich schon das rote Blatt vor mir. So. So. 100 Meter noch. Und wir können natürlich nicht da hochklettern, ne? Ne, doch. Doch, 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 doch. Nice. Sehr, sehr schön. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Du kannst uns. Ah, gut. Zack, weg mit dir. Zack, weg mit dir. Und zack, weg mit dir. Und zack, weg mit dir. Bestienkill. Hier ist aber irgendwo noch einer. Ich weiß aber nicht wo. Jawoll, der hat ihn direkt erledigt. Nice. Schön. Schön, schön. Das war einfach. Super. Oh. 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 Das war zum Glück einfach. So. Dann wollen wir mal weitergehen zu dem Außenposten. Und nach dem Außenposten gehen wir in Richtung Ull. 300 Meter, 300 Meter. Ja, ist machbar. Ist machbar. Ist ja jetzt nicht so, als wäre das so. Ohn. Mengen. Weit weg. Ne. Sogar 200 Meter nur noch. Das klappt auch. Hier kann man nicht her. Okay. Dann gehen wir einen anderen Weg. Einmal um den Berg herum. Hier hoch. Sammeln nebenbei immer noch die roten Blätter ein. Weil ansonsten können wir meinen kleinen Jungen nicht mal wiederbeleben. Duda. Und. Duda. Duda. Der Außenposten. Haben wir auch entdeckt. Was ist denn, wenn ich jetzt hier hingehe und hier mein Leben das anzünde. Sollte ich hier ganz schnell wieder weg. Geh jetzt hier hin. Ruf meine Eule. Schau mir das ganze Spektakel von oben an. Da brennt jetzt gerade alles ab. Das sollte sich ja eigentlich verbreiten. Meine ich. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da sind noch ein paar. Ja. Da ist noch einer. Das verbreitet sich einfach nicht krass. Krass, krass. Dann halt eben nicht. Und dann muss ich das auf die alte Art machen. Zack. Dann geht ihr wieder weg. Tigre, Tigre. Oh, oh. Das kommt in meine Richtung. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Zack. Den nehmen wir mal eben. Weil wir müssen hier jetzt gerade eh weg. Ansonsten. Stehen wir gleich einfach. Ey. Bleib hier. Ja. Oh, 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 oh. Wurde schon Verstärkung gerufen. Ich meine eigentlich nicht. Nein. øonah. Wien haben wir noch da? Was ist das denn? Ist hier irgendwo ein Elch oder so? Ich hoffe mal nicht. Gut. Der ist tot. Oh, shit. Zweimal war einer zu viel. Ah ne, dich muss ich eigentlich nicht heilen. Ha, so. Das geht ja momentan ganz hervorragend. Oh, da ist noch einer. Und noch einer. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht mehr so geil. Händen wir den da. Äh. Hallo, Junge. Oh, jetzt hängt der da fest. Kann doch nicht wahr sein. Geh mal weg. Komm mal her. Ah, okay. Und jetzt holen wir. Hängen aber nirgendwo fest. Gut. Alles gut. Nicht den, nicht den, nicht den, den schaffst du nicht. Den schaffst du doch nicht. Den schaffst du auch nicht. Die haben mich immer noch nicht entdeckt. Was sind das denn für Trottel? Komm, tötet den einfach. Ja, tötest du den. Die können eh nix dafür. Jawoll. Hab ich den unentdeckt jetzt geschafft? Expansion. Okay. Okay. 15 von 15 beansprucht. Kein Alarm ausgelöst. Unentdeckt und alles. Nice. Damit haben wir die Außenposten geschafft. Haben direkt eine Clubaktion und alles bekommen. Erfolg und so. Blablabla. Cool. Dann gehen wir jetzt einmal zu. Zurück in mein Dorf. Alle genutzt. Alle genutzt, die jetzt so dachten. Ja, oh, endlich. Nein. Wir gehen zurück ins Dorf. Einmal hier ins Belohnungslager. Zack, 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 zack. Übrigens gefällt mir der Wolf richtig gut. Auch wenn er nicht so starke Werte eigentlich hat. Aber der ist ziemlich cool. So, wir können irgendeins upgraden. Keine Ahnung, welches Dorf. Mal eben schauen. Oh, wir können ihres, seins, seins, glaube ich. Der sieht immer noch aus wie eine Frau auf dem Bild. So. Was müssen wir hier nochmal für machen? Nichts. Das ist voll abgegradet. Das ist nice. Das ist nice. Gut. Dann graden wir zuerst ab. Ja. Kannst dir schön wieder, äh, Wooter zu dir sagen und dir auf jeden Fall durchs Gesicht fahren. Akzeptieren. Wenn, ja. Okay. Der Feuersturm. Wir sollen ihr Lager niederbrennen. Okay, das können wir ja mal eben machen. Das liegt ja noch, ähm, relativ weit weg von Ull. Und deswegen auch, wo ist mein Tiger? Da ist er, okay. 300 Meter. Wir kommen da nicht hoch. Wieso kommen wir da nie hoch? Das finde ich immer so auch gemein. What the fuck? Also, das sind wieder die Elche. Okay. Okay. Gut. Komm, 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 komm. Können hier eh nicht hochklettern. Doch, vielleicht da. Aber jetzt bin ich schon einmal drum herum gelaufen. Da ist eine Hand. Ich will mal eben die Hand haben. Oh Gott. Wo ist sie? Da, da, hier, da. Nee, da. Da oben drauf. Das glaube ich irgendwie nicht. Äh, einmal drum herum. Ah, hier über den Baumsturm. Okay. Oh. Oh, nein. Oh Gott. Nochmal. Zweiter Versuch. Baumstamm. 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 Da ist die Hand. Ja, voll. Oh Gott. Jawohl. Dann hätten wir das auch geschafft. Gut. Und dann brennen wir mal eben das Lager für Isila nieder. Damit er dann auch keine Feinde mehr hat. Oder eher gesagt, keine Freunde. Der Feuersturm. Brennen das Isila-Lager und die Felder nieder. Okay, das werden wir wohl schaffen. Ich mach's einfach nur. Einmal. Ganz. und entdeckt dahin kommen. Warte, wir können doch einfach hier entzünden. Ja. Und einfach so machen. Zack. Es brennt doch eigentlich als ab, oder nicht? Zack. Da hinten auch noch. Hä? Wieso brennt denn da hinten nix ab? Entzünden. Oh, 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 oh. Ich darf mich nicht sehen. Ah doch. Brennt da hinten schon. Sehr schön. Oh, 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 oh. Hier brennt jetzt alles. Oh, 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 oh. Äh, äh, entzünden. Oh, 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 oh anzündet. Normalerweise. Hoffentlich. Und wir... Wir kläten hier einmal hoch. Schauen mal eben, was hier noch so... Nein, die haben mich entdeckt. Winja. Zack. Boah. Fick dich. So. Kommst du halt wieder. Die Tess, die Wicht, Tess. Möge. Zack. Zack. Bop. Aua. Zack. Zack. Loppe, wohle. Hörst du. So. 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 wie sieht sie aus der der so dann den bogen entzünden und so zack